Jetzt gucken wir mal hier. Warte, ich muss gucken, wann diese Feier war. Nee, ich glaube, das muss ich da nicht. Okay, ich guck mal hier. Zehnte, vierte. Zehnte, vierte. Das klingt ja nicht schlecht. Hoch, ein tiefer. Ich bin ja irgendwie für das hier. Ich weiß nicht, aufgrund der Menge. Hier irgendwas? Zehnte, vierte. Zehn, 56, was war hier? Wo war das für den Abend da? Mit der Party, wo steht denn das? Irgendwo war das hier mit der Party. Also das ist natürlich verdächtig hier. Alles am siebten Zehnten. Da gucke ich mal da. Das ist ein bisschen... Siebte, Zehnte. Machen wir das nochmal weg. Siebte, Zehnte. Mitten in der Nacht. So, diese infamous Party war das vierte. Wollen wir das nochmal? Das klingt irgendwie... Verdächtig hier. Wegen der Urzeit. Das könnte dazu passen. Warte. Ach nee, kann ich gar nicht angucken. Muss ich hier noch gucken? Gut, das heißt, Schrottplatz fällt schon mal weg. Das ist wie Franks Hauptoffiz. Das passt. Das würde nicht passen. Das passt auch nicht. Nee, von den Zeiten passt das auch nicht. Das würde auch nicht passen. Das auch nicht. Es passt eigentlich nur das hier. War das der hier? Strand. Nein. Vielleicht sollte ich versuchen, andere Kliniken zusammenzuliehen. Vielleicht passt das ja auch mit dem nicht. Dann gucken wir was anderes. Ich weiß es nicht. Ich bin nur noch mit der rechten Männer. Was war, welcher Datum war denn das hier? Ähm, vierte, zehnte. Wäre hier. 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 Irgendwie passt das. Ich weiß auch nicht. Schade. Warte mal, hier können wir auch noch. Nee, passt auch nicht. Das ist schwierig. Das ist schwierig jetzt. Es könnte natürlich auch das sein, weil das war so dringend. Das ist ja am nebenabend noch passiert. Warte, ich mach mal das hier. Ach, fail, abort. Wrong clues. Welchen habe ich da? Gucken wir mal. Außer abheben. Aha. Na, ich will das vor dir nicht haben. Der könnte. Ey, das passt. Ja. Chloe. Das ist definitiv die Ort. Ich kann mich ein paar Kloze aus. Nöp. Nöp. Nöp, Max. Nöp. Nöp. Nöp, hier. Nöp. 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 Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Okay. Okay, das ist die Scheune. Shit, this is scary. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Whoa. Check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Chloe is so damn fearless. Where does that come from? Now, why would somebody run all that electricity into an old empty barn? Warren! So. Danke, dass du mich von Nathan weggezogen hast. Soviel zu den Affen rauslassen. Er hat verprügelt verdient. Er hatte Prügel verdient. Aber ich will nicht aus seinem Niveau sinken. Früher oder später tritt ihm schon wer in den Arsch. Du bist weise, Grashupfer. Danke. Aber ich bin nicht gerade der Held, der die Stadt braucht. Ein Held bist du trotzdem. Uns fehlen nur Kostüme, wo ich gerade dabei bin. Ich hoffe, du kommst heute zur Party, damit wir feiern können. Sag dir Bescheid, versprochen. Okay, cool. Jetzt muss ich mir probieren. Und danke für die Nachricht an der Tür. Das werde ich nicht wegwischen. Wag es ja nicht. Das ist für die Ewigkeit. Nein. Genau, die Spuren habt ihr ja beobachtet. Eichröntchen. Schmetterling. Vogel. Honeybird. Max, komm hier vor, bevor ich das Ort schaue. Geh mal zurück. Fischei. Ja, aber ich kann einfach kommen, dass ich mal anfangen. Chloé. Ich habe die dritte dritte. Komm schon. Ah, ja. Maximus Ruhig. Gott, das ist echt zu bläerwisch. Ich habe alle Überraschungen. Komm schon, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloé. Jeze, das ist ähnchen. Jackpot, old shit. No, look closer. Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescott's bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Okay, cool am I jones? um und prescott clippings und ich kann bbm herren prescott was in des selfies traktor das traktor hans paid its dues die bau sagen dass er in rente ist eine kiste ich schreibe ihnen im hinblick auf ihre anstehenden schulen die sie ignorierten beabsichtigung die presscodes mögen keine entablierten geschäftsmänner sein aber wir sind geschäftsmänner und erwarten was uns gebührt wir fassen ihr schweigen als persönliche beleidigung auf und widmen da unseren familien namen der eintreibung ihrer schulden mit zehn prozent sind nur einer schriftlichen entschuldigung wenn ihre bedingungen nicht bis zum vierten juli im jahr des herren 19 3 gefüllt sind werden wir ihnen das leben zur hölle machen freundlichste grüße mlb und schlecht ok er ist no reason for anybody to try our here must be da ist ein foto wasser talk about home on the range sieht auf jeden fall herrlich aus also so aufgepäppelt gerade mein controller vibriert als ich darüber geladen bin es scheint wird irgendwas auf dem boden zu geben geht mir doch noch ein hier Das sieht gut aus, hab ich ja was gefunden. Ich werde auf dieses Detail geführt, kann ich da rückklittern? Okay, Chloe, um, ich... Ah, die guten alten Tage. Klettern. Chloe, kannst du mir eine Hand geben? Hm, klettern wir mal. Hi, Supermax. Ich habe Minionen. Ziehen. Puff. Und klettern. Warte. Wahrscheinlich muss ich wieder hochholen, oder? Anhängen. So, und jetzt runterschmeißen, ne? Siehön. Oh ja. Und das heißt, wir haben sie offen, richtig? Ja, haben wir. Das ist schwer. Was ist das? Jackpot. Ich befürchte ja die schlimmsten Sachen hier drunten, Folterkammer, Leiche von Rachel und irgendwas ganz Kurioses. Dieser Bunker ist so surreal. Es ist zu schwer, um zu brechen. Also, ich brauche einen Code. Der Code wurde mir nur gesagt. Ansehen. Erst ein Padlock, dann ein Digi-Code? Niemand will wirklich nicht Besucher. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich die Arnie finde. Schade. Gut, kann ich nicht erinnern. Dann muss ich es halt so versuchen. Okay, machen wir mal 4, 5, 2. Schade. 5, 2, 4. Oh, nein. Das funktioniert nicht. 4, 2, 5. Ups. Bad Code. Okay, also, es ist geschlossen. 5, 2, 4. Ich muss es einfach machen. 5, 2, 4. 5, 4, 2. 5, 4, 2. Ach, ja. Ich dachte, das hat nur in den Filmen gearbeitet. Ich mache es. Ich habe es. 5, 4, 2, 4. 5, 4, 2. 5, 4, 2. 5, 4, 2. 4, 2, 3. 5, 4, 4, 4. Besser als Sherlock Holmes.